Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und es wird heute wieder mal der Mystery gespielt. Das ist so nice. Ich hoffe, ich werde Mörder mal wieder und gewinne auch mal eine Runde. Und ich werde nicht weggeschnetzet von irgendwem, zum Beispiel von dir. Katja, ich war nie Mörder in den letzten Runden. Weißt du das überhaupt? Doch. Nein, 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 nein. Doch. Ich habe kein einziges Mal Mörder. Doch. Ich habe Beweise, Videobeweis. Ich bin nie, nie, niemals Mörder. Ich bin... Mörder unschuldig. Nein, du bist Mörder. Nein. Katja, weißt du was? Was denn? Ich bin mördermäßig unschuldig. Aha. So ist das also. Also ich bin Detektiv auch. Echt? Ja. Sehr, sehr gut. Was denn? Bist du ein Mörder? Nein. Ich bin kein Mörder. Ich auch nicht. Ja, das ist doch nice. Hier ist der Detektiv. Ich habe es gar kein Detektiv. Nein. Warum nicht? Ich bin unschuldig. Och, Mann. Oh, oh. Da wurde jemand weggestellt. Hi, Epic. Tschüss, Epic. Nein. Yay. Du warst Mörder. Ich wusste es. Von Anfang bis Ende. Das war knapp. Und es sind noch sechs Leute übrig. Das ist echt knapp. Oh, oh. Und wie viele Leute liegen denn hier? Schau dir das mal an. Ja, hier ist eine kleine Parade. Sechs Leute liegen hier. Hi. Und noch fünf Leute. Oh, oh. Oh, oh. Wo seid ihr alle Freunde? Hat jemand den Bogen aufgesammelt? Oh, oh. Es sind nur vier Leute übrig. Du hast sie fast weggeschnetzelt. Oh, oh. Weiß ich, dass ich der Mörder bin? Oh, Gott. Oh, Gott. Es regnet. Oh, oh. Oh, oh. Sie macht einen Rückzug. Weiß ich, dass ich hinter ihr bin? W-w-warte, was? Oh, oh. Es sind nur noch drei Leute übrig, Katja. Du hast gleich gewonnen. Das wäre richtig doll nice. Oh, da ist der Nächste. Hallo, mein Freund. Ich komme von hinten. Und, äh, weggeschnetzelt. Achtung. Und zack. Jetzt sind nur noch zwei Leute übrig. Ich möchte raus. Freund. Freunde. Du hast dich ja richtig gut versteckt. Oh, oh. Oh, und es ist nur noch einer übrig, Katja. Oh, oh. Oh, dann hast du gewonnen. Und der Bogen ist immer noch getropft. Warte mal. Der müsste hier liegen. Okay, das ist gut. Sie ist unten dann bestimmt. Oder er. Hm. Okay, warte mal. Anscheinend vielleicht auch nicht hier unten. Ich gehe jetzt mal hoch und gucke, ob sie da ist. Hallo. Oh, oh mein Gott. Oh Gott. Ja, ich habe gewonnen. Das war so knapp. Aber du hast gewonnen, Katja. Ah, richtig gut. Gut. Ich bin unschuldig. Hallo. Ich bin auch unschuldig. Ah, sehr nice. Und warte mal, ich sammle dir ganz viel Goldi-Goldi auf. Das ist richtig nice. Warte mal. Ich habe hier ein Gold. Und ansonsten noch kein Gold. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Gold. Das kann ich wieder da vorne in die Figur reintun. Das ist sehr gut. Das mache ich diesmal auch. Hey, du Nachbar. Ja. Ich habe Angst, dass ich davor schon weggeschnetzelt werde oder so. So, dann mache ich hier vier Gold rein. Vier Gold. Kriegt man dann schon was Gutes? Ja, ich glaube, da ist die Chance auf jeden Fall sehr hoch. Und bitte was Gutes, bitte was Gutes, bitte was Gutes. Und? Hey, ich habe gar nichts bekommen. Ich habe schon sieben Gold. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Okay. Ah, warte, muss ich noch... Was bekomme ich, was bekomme ich? Bitte was Gutes. Ich habe jetzt alles mein... You may only... Katja. Ich bin jetzt... Ich bin langsam geworden. Weißt du was? Was? Ich kann kein Gold mehr aufsammeln. Echt jetzt? Ich kann kein Gold mehr aufsammeln. Es verschwindet einfach nichts. Ach nee, ich bin langsam. Ich wurde weggeschnetzelt. Der Mörder sieht aus wie ein Koch. Oh nein. Warte mal, ein Koch? Ja, ungefähr. Ach man, er hat auf jeden Fall ein weißes Outfit an. Ich bin so langsam. Und ich wurde weggeschnetzelt. Ach man. Ich bin unschuldig schon wieder. Ich bin ein Detektivfreund. Yay. Ich bin immer unschuldig, Katja. Ich werde niemals Mörder. Das ist nicht gut. Insgesamt. Was machst du hier? Guckst du dir neue Autos an? Such Gold. Äh. Guck mal. Ich bin Detektiv. Ach, sehr gut. Sehr gut. Komm mit, Katja. Komm mit, Katja. Wir müssen unbedingt den Mörder finden, der jetzt gerade in der ersten Sekunde schon jemand weggeschnetzelt hat. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Hier sehe ich schon mal nichts. Vielleicht sind wir den Mörder hier hinten irgendwo. Da. Äh. Oh. Ähm. Wurderst du weggeschnetzelt? Er hat vier Leute auf einmal weggeschnetzelt. Er hat vier Leute. Ach du. Vier Leute. Oh Gott. Vier Leute auf einmal. Ich glaube, du hast da fast jemand Falschen irgendwie abgeschossen. Das war so knapp. Du hast recht. Ich habe fast einen Falschen getroffen. Ist sie das? Ist sie der böse Wicht? Nein, 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 nein. Oh. Also ich glaube nicht. Ich glaube etwas Dunkels an. Oh Gott. Als ob. Das ging so schnell. Ich habe nur noch Bambabam gehört. Vier Leute in einer Reihe. Das ist ja richtig, richtig doll heftig. Oh, er hat vier in einer Reihe gespielt und hat gewonnen. Ja, und ich stand fast auch in der Reihe. Fast hat er fünf weggeschnetzelt. Aber dafür habe ich dann einen Bogen aufgesammelt. Hier werden die ganze Zeit Leute weggeschnetzelt. Ach du Jemini. Moment mal. Hier ist der Mörder. Bitte schaff es. Bitte schaff es. Nein. Ich habe nicht getroffen. Oh. Nein, nein, nein. Jetzt geht es rund. Jetzt geht es rund. Bitte nicht mich weggeschnetzelt. Jetzt geht es rund. Jetzt geht es rund. Schnell, schnell, schnell. Umdrehen. Nein. Nein. Schade. Ich bin mir aufgespannt. Mann, das war so knapp. Das war echt knapp. Ich bin unschuldig. Also, ich bin ein Detektivfreund. Wirklich? Ja, ich bin hinter dir. Zeig mal gleich deinen Bogen, wenn du ihn hast, ja? Soll ich dich weggeschnetzeln? Bist du Mörder? Vielleicht. Hey. Hallo. Hallo. Oh, er tanzt. Okay, wir müssen jetzt unbedingt den Mörder finden und vor allen Dingen treu ich auch Gold. Er macht auch was. Warte, ich mache auch was. Hallo, ich mache auch was. Moment mal. Yay. Schneeballwurf. Ich kann keinen Schneeballwurf machen. Wenn hier jetzt einer kommt und Mörder ist, dann sind wir alle tot. Oh nein. Ich kann dir gar nichts machen. Oh oh. Moment mal. Ja. Ja, ich kann wieder tanzen. Hallo. Woo. Sehr cool. Nice. Und, ah, hallo. Wie ist es so? Wir haben da gerade die ganze Zeit Leute weggeschnetzelt. Ich dachte, das ist ein Feuerwerk. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich habe schon zwei Gold tatsächlich. Sehr gut. Okay. Dann muss ich jetzt hier rüber gehen. Zack und zack. Hm, der könnte hier der Mörder sein, Kater. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Das Gold. Ich schätze mal du. Ja. So und so. Ich brauche ein bisschen Goldie. Und? Nein, die schnappen mir die ganze Zeit das Gold von der Nase weg. Hallo. Bist du es? Nein, ich bin wirklich kein Mörder, Kater. Ich bin unschuldig. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Guck mal, es wurden schon drei oder vier Leute weggeschnetzelt und ich war die ganze Zeit bei dir. Ja, aber du bist auch ein echt guter Mörder, muss man dazu sagen. Danke. Wenn du was kannst, dann ist es auf dieser Map, naja, jemanden wegschnetzeln. Ich habe sieben Gold. Ich habe acht Gold. Gleich habe ich einen Bogen, Kater. Das ist sehr gut. Okay, Moment mal. Vielleicht ist es der Weihnachtsmann. Oh, oh, das kann sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. So und so ist hier noch ein bisschen Gold. Ich habe schon acht Gold. Das ist so nice. Und zack. Neun Gold. Oh, richtig, richtig gut. Und ich habe einen Bogen. Sehr nice. Wo bist du? Hinter dir, hallo. Hi. Okay, Moment mal. Nein. Ich habe gesehen, dass du da unten wieder weggeschnetzelt hast. Das kannst du nicht von mir verbergen. Ei, ei, ei. Ach, so gut. Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Und ich weiß, dass du Mörder bist. Weißt du warum? Warum? Ich rieche das. Ich finde es aber nicht. Okay, du bist wirklich unschuldig. Ja, ich weiß. Bist du es? Ja, ich glaube, du bist auch unschuldig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Mörder bist eigentlich. Ach man, dann geht es hier entlang. So und so. Und warte mal. Man kann wieder hier oben draufklettern. Das ist nice. Du kannst wieder ein kleiner Magier sein. Oh ja, ich kann wieder auf der Fackel stehen. Ich wäre fast runtergeblumst. Oh nein. Okay, pass bloß auf. Oh oh. Okay, aber Moment mal. Wer ist hier der Mörder insgesamt? Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen gesehen gehabt. Wurde schon jemand weggeschnetzelt. Hallo. Ich weiß es noch nicht. Hallo Kaja. Na, was machst du da? Bisschen chillen? Ja, ich warte, bis der Mörder jemand weggeschnetzelt. Ach so. Man kennt's. Also bist du jemandem weggeschnetzelt. Ich kann hier gar keinen weggeschnetzeln. Das sieht richtig, richtig lustig aus, wie du da oben bist. Okay. Du bist schon mal kein Mörder. Ja. Ich habe gleich einen Bogen. Oh, da ist ein Gold runter. Detektiv wurde weggeschnetzelt. Moment mal. Der wurde draußen weggeschnetzelt, Kaja. Okay. Hätte ich noch einen Gold. Oh, da hinten. Da kann ich ihn weg... Oh, ich habe keinen Gold. Moment mal. Hier liegt der Detektiv-Bogen. Wo? Ich habe den Detektiv-Bogen. Okay, okay. Aber wer ist denn der Mörder? Wo bist du? Wo bist du? Äh. Hi. Drin. Hallo. Also wird der doch nicht draußen. Ich bin's wirklich nicht. Wer könnte hier der Mörder sein? Oh. Da wurde wieder jemand weggeschnetzelt. Ah, ich bin's nicht. Ich habe einen Bogen. Du hast einen Bogen. Lass den Mörder suchen, okay? Ja. Wo bist du? Hier, hinter dir. Hi. Hi. Wo bist du? Hi. Hallo. Wollen wir die beiden in die Richtung? Hallo. Ja gut, nein, das ist hier in die Richtung. Der ist es vielleicht. Nee, der ist es nicht. Okay, der im Grauen, der ist es nicht. Vielleicht im Roten. Pass bloß auf. Warte, warte, warte. Ich gehe vor, ja? Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Er ist auch nicht. Okay, lass nochmal hier hin. Ja. Hier liegt wieder einer. Vielleicht ist der im Grünen das. Oh, ich habe richtig dann Angst. Ist das? Ist er das in der Mörder? Nein, 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 nein. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Er ist so schnell. Da ist wieder einer runtergebrannt. Vielleicht ist die im Roten das. Hier ist noch so eine kleine Teufelin. Oh, oh. Pass bloß auf. Da oben ist auch einer. Ich habe es gesehen. Ich habe von unten gesehen, wie er sie weggeschnetzelt hat. Sehr gut. Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Und Epic, warte mal. Wie viel Gold hast du schon? Bist du Mörder? Brauchst du gar kein Gold? Nein, hey. Gib mir Antworten. Ja, du weggeschnetzler. Ich schnetze hier gar keinen weg. Ich höre das ganz genau überall. Ich mache es wirklich nicht. Ich habe drei Gold und bin kein Mörder und bin auch kein Detektiv jedes Mal. Und der Detektiv. Katja. Was? Hier werden 100 Millionen Leute gleichzeitig weggeschnetzelt. Aber wer ist das? Sorry. Oh Mann. Und du bist weggestellt. Was ist denn hier los? Ach, schade. Ich bin Mörder. Ich bin grün. Ein schönes Grün. Ein entspanntes Grün. Und du bist ein Rot. Das ist ein aufregendes Rot, muss man sagen. Ein schönes Rot. Ich bin Chukis Blau. Oh, ein Detektivfreund. Und du bist ein Mörderfreund. Ich bin hinter dir. Ich verfolge dich. Oh, da ist Gold, glaube ich, gewesen. Oh, nein. Ich versche dich nicht mehr. Ist er um deinen Mörder? Ich habe dich fast weggeschnetzelt aus Versehen. Oh. Das war ein Millimeter. Ich habe mich fast gedrückt. Hä? Aber so viel weiter weg war ich doch eigentlich gar nicht. Wo wurde jemand weggeschnetzelt? Ich glaube, oben wurde einer weggeschnetzelt. Kann das sein? Nicht von mir. Detektivfreund. Oder vielleicht doch von mir. Oh, nee. Am Ende stand er wirklich dunkelrot. Er stand bei dir schon. Ja, irgendwann stand es mal bei mir. Aber hi, er fickt uns richtig. Ja, hi. Weißt du, wie knapp das eigentlich war? Ja, es war zum zweiten Mal. Ich sehe ihn. Es ist Alexgen unten im Tal. Oh Gott. Moment, ich kann ihn treffen. Ich habe ihn fast von hier oben getroffen. Moment, ich schaffe es. Ich kann ihn weggeschnetzeln. Ich kann ihn weggeschnetzeln. Ich glaube an dich. Ich habe freies Sichtfeld. Nein, ich auch. Pass bloß auf, dass du niemanden da irgendwie... Ja. Oh, oh. Achtung, alle auf die Seite. Da ist der Mörder. Und? Ähm, der Mörder ist weg. Wo ist der hingegangen? Warte mal, ich habe gleich 10 Gold. Er fährt hoch. Wo ist der? Moment mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, da ist sie. Ich habe sie weggeschnitzelt. Sehr gut, Katja. Nice. Oh, das ist so cool. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann ist ein Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.